Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren kleinen, lustrund-runde Minecraft my life! der Dominik ist auch wieder mit dabei! Halloschön! oder wie Dominik ist jetzt am Rang oder... haaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaala so Genauso! So wir laufen jetzt hier weiter, smaragt! Meiner, 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 Meiner! Oah! Ah, ist hier viel Zeug! Ja, Alles mitnehmen, Alter! Also nicht alles, aber einiges! Ich nehm das Eisenmittelkohle, hab ich einiges dabei. Ja, brauchen wir halt auch. Da oben ist auch ein Smaragd. Der ist aber hoch. Ich sag ja da oben. So, 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 so. So. Oha. Was? Das ist die Gegend hier unten. Regent. Hier geht's richtig viel rounder. Au. Wo bist du denn? Da unten bist du denn. Ah, das ist Smaragd. Den hole ich. Das ist meine. Was bin ich? Meiner. So voll die Geldgeilen, Alter. Oh, Dominik, da unten. Schafe. Oh, jede Menge. Aber nicht stolpern, Alter. Neh, noch das Äußen hiermit. Kommt wieder, ihr scheiß Viecher. Euch mach ich kalt. Ganz viele Kühe. Die brauchen auch was zu essen. Eben. Oh, bam. Voll weggenippelt. Und. Swoosh. Swoosh. Gib ihm. Wo ist das andere? Da ist das andere. Jetzt können wir uns Betten machen. Endlich ist unsere halbe Obdachlosigkeit vorbei. Aber nur die halbe. Ja, wir brauchen noch ein Haus. So, jetzt haben wir genug Wolle. Aber wir brauchen trotzdem noch Fleisch. Oh, die Hühner. Oh, Alter. Da hinten geht es doch weiter. Oh, dein Kind lasse ich leben. Damit es ohne Eltern aufwächst. Hey, nicht wegrennen. Halt doch da. Mensch. Ach, das ist ein Pferde. Ne, die brauchst du nicht killen. Geben die kein Fleisch? Ne. Schade. Ist doch mega realistisch, dass aus dem Pferd kein Fleisch rauskommt. Da ist doch nur Wasser drin wahrscheinlich. Wasser und, ja, das war's. Und dass bei den Schweinen kein Schweinsleder rauskommt. Ja, genau. Du, ich setze halt. Hallo, Schweinchens. Geben sie euer Fleisch. Dann her. Geil, Alter. Ich habe jetzt 24 Schweinefleisch, 14 Hammelfleisch, 2 Hähnchen. Geil, sehr gut. Oh, Dominic. What? I see something at the horizon. Legendary 44. Servus, hallöchen. Was geht bei dir? Du siehst das at the horizon? Ja, komm mal mit hier. Ja, Moment. Ja, was geht bei uns? Wenn du auf Y drückst, kannst du auch ein bisschen rausholen mit der Map. Dann weißt du genau, wo ich bin, falls ich nicht mehr auf der Minikarte sein sollte. Ja, alles gut. Ich zähl dich noch. Ja, bei uns ist ganz schön viel gegangen gestern. Nämlich, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Warst du da da? Nee, ne? Da da. Warst du da da? Da da? Nee, ich glaube nicht. Denn mein Kanal wurde gehackt. Und alle meine 700 Abonnenten und 800 Videos sind weg. Jetzt müssen wir komplett neu anfangen. Lul. Der Schock sitzt tief. Der Schock sitzt tief. F. F in den Chat. Alle, alle F in den Chat. Auch auf YouTube einmal alle F in den Chat, bitte. F in den Chat. Und alle, die jetzt auf Twitch zuschauen, also fast niemand. Und alle, die auf YouTube zuschauen. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann einfach unten in Twitch runterscrollen. Und dann steht da der Link für YouTube. Einfach mal ein Abo dalassen. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Jedes Abonnement zählt nämlich für mich so viel wie 100 bei anderen Leuten. Ja. So, ich sehe da nämlich was am Horizon. Nämlich diesen Pillager-Turm. Oh. Einen Pillager-Turm. Sollen wir da wirklich hingehen? Na klar, die machen wir fertig, Alter. Ach, die machen dich fertig. Ja, wenn du schon so... Ja, komm, dann bleib weg. Dann mache ich es alleine. Wenn du schon so rangehst, dann zeigst du halt... Keine Action. Warum unten ist noch der andere YouTube-Channel verlinkt? Nein. Ist er nicht. Ach gut, das heißt wahrscheinlich noch so... Also ich habe den Namen nicht geändert, aber den Link habe ich geändert. So. Erster Pillager ist tot, ohne dass ich einen Hit abgekriegt habe. So macht man das. Ich sehe ihn nicht mehr auf der Web. Drei Abos, F. Ja, Digga, ich kann nichts dafür. Es kommt ja niemand. In welche Richtung bist du denn gelaufen? Ach. Jetzt hat man eine Hinsrichtung. Ich bin Richtung Nord-Ost. Nord-Ost. Oh, oh. Dominik. Ja, die... Ja, die... Dominik. Was denn? Ich bin gleich tot. Tu's nicht. Nicht sterben. Ah, ich sehe den Flüsse, Tom. Kann ich mehr sprinten, weil ich nichts mehr zu essen habe. Na toll. Und dann willst du herkommen? Mir fehlt doch schon ein Herz. Ja, eben. Dann willst du herkommen und mitkämpfen, oder was? Oh, oh. Mein letztes Hemd würde ich geben. Digga, wenn wir sterben, ist rum, Alter. Jetzt vier. Och, danke, Alter. Das bedeutet mir wirklich viel. Zeigst deinen Freunden, wenn du welche hast und so, äh, dann schick das Ding rum, dass wir wieder irgendwie mal ansatzweise eine Community aufbauen können. Äh, Videos gibt's nämlich wöchentlich genug, keine Sorge. Meistens immer so um die zehn Stück die Woche. Äh, zehn bis 14. Manchmal waren's auch schon 18. Null. Was ist denn da, Dominik? Ach, der läuft da oben rum und kämpft. Dominik, pass auf, dass du nicht stirbst. Warum greifst du die Wölfe an? Du bist doch so ein Schlongo. Die machen dir nichts, wenn du sie nicht angreifst. Hab ich gesehen. Ja, warum machst du das? Oh, nein. Du musst jetzt erst mal am Esen machen, sonst greifst ich hier gleich ab. Er macht jetzt erst mal Essen. Das heißt, er greift Viecher an. Ja, Digga. Und dann kommt er auf die Idee, sich Essen zu machen. Ich verstehe den Jungen manchmal nicht, Leute. Ich verstehe den Jungen nicht. Wie kann man denn so doof sein? Wie kann man denn so doof sein? So blöd kann keiner sein. Du. Oder was? Scheiße. Was ist denn hier? Ja, das war ich. Ja, lass das. Ich hab nur drei Herzen, Alter. Digga, das macht doch niemand, Alter. Niemand greift doch was an und danach so. Vor allem davor auch schon so. Ja, ich hab nicht mal was zu essen und mir fehlt auch schon ein Herz. Mega lustig. Ey, das ist mein Essen. Gell? Mach dir einen eigenen Ofen. Ja, da ist ja mein Ofen. Ach so. Du sickle, du. Na gut, okay. Dann ging das ja nochmal durch. Ja, der Schlag mit dem Abo, äh, mit dem Kanal gestern, der lag wirklich tief. Also das war, das hat wirklich geschnitzelt, liebe Leute. Das hat richtig geschnitzelt, ich sag euch. Das waren zwei Jahre meines Lebens, die ich einfach weggeschmissen hab. Also nicht du, aber derjenige. Ja, danke fürs Verbessern. Die mir einfach weggeschmissen wurden. Entschuldigung. Es geht mir so auf den Sack, wenn ich da und so rumverbessert werd, Alter. Heißt du Benni oder was? Nein, der Henne, Kreisschneide. Das war Bianca, nicht ich? Ja. Ja, und auch nicht Benni. Hast du schon gesagt, du hast gesagt, es war Bianca. Bianca ist nicht Benni, so viel sollte klar sein. Ja. So. Ich weiß es ja wie Bianca Benni. Ach komm, halt ein Rand, Alter, ohne Witz. Ich, ich soll wieder, ich soll wieder, ich soll wieder meinen Kanal so anfangen, wie ich damals angefangen hab. Nämlich alleine, Alter. Ja, die ersten zwei Folgen und dann bin ich wieder dabei. Ne, so sieht es aber ganz bestimmt nicht aus, Alter. Da häng ich nochmal vier Nullen ran. 200? Vier Nullen, sonst sind es 200, genau. Also alles richtig gemacht, Dominik. Ich hab gerade zwei Nullen gesagt. Ich hab vier Nullen gesagt. Das zwei gesagt. Kinder, wir spielen alleine weiter. Komm, wir machen das direkt jetzt. So, guck, so und zack. So. So ist doch schön, oder? Ach, ist das, ist das angenehm hier. Du hast gerade zwei Nullen getan. Wo es schon wieder weitergeht mit den Verbesserungen. Vier Nullen schreiben die Leute. Ja, ich hab zwei. Nein, ich hab zwei gesagt. Habt ihr's nicht? Was geht denn hier wieder drauf? Ja, ich geh halt drauf. Ich will die mitspielen. Was willst du? Mitspielen. Und wo bezahlst du für den Server? Gar nicht, aber ist mir auch egal. Also wir teilen es ja. Wir teilen es ja. Ist mir auch egal. Ja, wir teilen es uns. Ja, ja, klar. Ja, die letzten vier Aufladungen hab ich bezahlt. Ja, die nächsten vier zahl ich in dem Fall. Ach so, ja gut. Wir müssen nämlich mal aufladen. Wie wär's? So, jetzt ist es aber rum hier mit dem Spirenzchen. Kinder der Nacht. So. Jetzt sind wir wieder Freunde, gell? Ja. Genau. Bevor die Leute denken, wir meinen das ernst. Soll ich dir zu zweit? Nee, ich bin am Bauchreden. Sag mal. Das ist ein Doppelgänger, der nur anders heißt. Ich bin richtig guter Bauchredner. Ja, wir zocken zu zweit. Das ist ein Doppelgänger, der nur anders heißt und rein zufällig auch eine komplett andere Stimme hat. Nee, ich kann das ja durchs Bauch reden. Ach so. Deswegen können wir nicht gleichzeitig reden. Okay. Deswegen stehst du auch mit einer Tastatur ein, oder? Ach so. Mit einer Tastatur zwei. Hier. Und gut Nacht. Oh, endlich, Alter. Endlich mal schlafen, Junge. Echt so, ohne Witz. Oh, schön. So, jetzt kann es weitergehen. Inventar ist nämlich schon so gut wie voll. Du meinst nicht. Das will keiner wissen. So. Oha. So. Das war aber fies. Die Pilze alle. Ja, klar. Alle, alle. Habe ich alle umgebracht. Alle hingerichtet. Oha. Was sehen die denn aus? Wie Taskenräuber von Star Wars. Oh, hier ist der Anführer. Klein weg. Oh, oh. Jetzt habe ich den Effekt. Freiwilliges Exil. Hast du das auch? Nee, ne? Dominik, Achtung. Nee. Nicht sterben. Oh, oh. Oh, oh. Hä? Wie viel Herz nasch noch? Alle. Alle? Na, das ist ja gut. Na ja. Profi am Start hier. Was? Was hast du gesagt? Profi. Was ist das? Weiß ich nicht. Was ist das aus deinem Mund? So, jetzt gehen wir mal in den scheiß Tom rein, Alter. Wenn wir den Eingang finden, dann... Ja, ich bin schon drin. Ja, du bist schon drin. Ah, hier unten. Uh, ne reparierte Armbrust. Und Eisen. Und Karotten. Nimm mit. Und ein Erfahrungsfläschchen. Komm, das gönnen wir uns zusammen. Weizen. Da ist auch Weizen drin. Auch mitnehmen. Ja, brauche ich bloß nicht. Da hat er Platz. Aktuell. Da unten ist nochmal ein Pillow. Da oben ist ein Dorf auf dem Berg, Alter. Siehst du das auf der Map? Warte, ich gucke mal auf die... Richtung Norden. Also Map-mäßig Richtung Norden. Ja, Richtung Norden oben. Auf den Steinen da oben. Ah, warte. Ah, tatsächlich. Lass mal da hingehen. Ja. Ja, da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Und zwar jetzt. Ich bin schon auf dem Weg. Ich auch. Oh, oh. Hier sind auch die Freunde. Die wollen... Die fanden das nicht so cool, glaube ich. Dann... Oha. Was ist denn hier los? Ja, Hilfe. Ich habe nur drei Herzen. Ich bin schon drin. Uh. Wenn es kritisch wird, einfach wegrennen, gell? Ja. So, warte mal. Hier, guck mal. Falls du mal Pfeile hast. Eine Armbrust. Oh, eine Armbrust. Nicht hingehen, sonst habt ihr den Raid. Ach, fuck. Stimmt. Ich habe ja böses Omen drauf. Ja. Dann haben wir direkt den Raid. Da verrecken wir. Das überleben wir nicht. Oha. Ja, stimmt. Oh nein, wie du... Aber du kannst jetzt Dorf gehen. Stimmt, weil ich habe den Raid nicht. Du hast den Effekt nicht, Alter. Wo bist du? Immer noch hier unten. Ich sehe dich nicht mal auf der Map. Ich sehe dich auch nicht mehr. Ah, jetzt wieder. Ah, tatsächlich. Ja, Richtung Dorf halt laufen. Also, so schwer. Das geht in 20 oder 30 Minuten weg. In 30 oder 20. Ja, keine Ahnung mehr, wie lange das dauert. Hm. Aber wenn es da eine Schmiede hat, kannst du mal reinlunzen. Okay. Sonst gehen wir einfach drumherum. Boah, das ist ja riesig, das Dorf. Boah. Alter, krass. Bist du bei dir auch schon aufgedeckt auf der Map? Guck dir das mal an. Noch nicht. Noch nicht. Also, wenn du auf M drückst, auf der World Map. Yo. Ja, das habe ich ja gemeint. Alter. Krass. Da gehen wir hin. Direkt. Mann, ich will da auch hin. Da hat es so viel Weizen. Mensch, den Raid schaffen wir? Keine Chance. Mit den fetten Viechern da und so. Diese Büffel oder was das dann sind. Die dann da irgendwann kommen. Keine Chance, Alter. Ja, wir machen den Weg drumherum. Sind das Kupferdächer? Nein, das sind Akaziendächer. Ist das wie Kupfer, Alter? Nein, wir sind in der Savanne. Es gibt keine Kupferdörfer. Ich würde da schon echt gerne reingucken, Mann. Aber da ist nichts. Da hat es nicht mal eine Schmiede. Das T-Shirt von hier. Da hat es nichts. 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 Er rennt halt rein. Alles klar. Na ja, ich gucke mir das an. Danke. Geil. Da hinten hat es noch zwei Maragde im Berg. Also ich laufe weiter. Ich will dann nichts hören, gell? Wenn du dann hier... Wo bist du wieder? Geil, die sind grün. Was sind denn das für Typen, Mann? Ja. Samandentypen. Sitze kleiner grüner Wicht, würde ich sagen. Ja, verstehst du nicht den Insider? Nee. So. Ey, hier ist halt echt nichts. Ach was? Sherlock. Nichts. No shit, Sherlock. Ey, das kommt voll krass. Boah, das ist ein Riesen... Ach du Scheiße, was ist das denn? Joi, 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 joi. Da geh ich direkt mal rein, ne? Ja. Keine Ahnung. Ich bin weitergelaufen. Ich bin östlich vom Dorf. Ich hab's gewusst, dass das jetzt kommt. Jo, wo bist du denn hingelaufen? Jo, was ist das denn? Deine Mutter. Oha. Oha. Da geh ich aber ganz gewiss nicht runter, Junge. Weil dann war's das nämlich. Bist du von dem Berg runter, ja, oder? Ich war gar nicht auf dem Berg. Oha. Oder welchen meinst du jetzt? Ja, da wo das Dorf ist. Ich war doch gar nicht da, sonst wär doch jetzt ein Raid. Ich kann doch da gar nicht hingehen. Hast du vergessen? Ja. Ich bin komplett östlich. Da, wo es schon wieder grün wird. Ah, okay. Ey, warum kommst du jetzt von da oben? Weil du es da oben war? Ich war da... Ja, na klar, aber... Aber ich sag östlich. Und lass da oben weiter rum. Und wieder etwas, wo wir den Jungen nicht verstehen. Wir müssten das Projekt anders nennen. Ah, I see you. Den Jungen, den wir nicht verstehen. Lass mich halt ein bisschen die Gegend erkunden. Nein, nein, nein. Verbot. Jean-Claude. Was ist hier unten? Deine Mutter. Das meinte ich. Ne, Quatsch. Meine Mutter. Vielleicht ist die da unten. Oh. Oh, da ist der dann. Ach du Scheiße. Erstmal Titel ändern, genau. Titel ist jetzt so gemacht wie er. Ja, Schnana, wenn du spielst, dann ist eh alles rum. Oh, was ist denn hier los? Guck mal. Wo den? Ja, hier. Ja, das meinte ich ja. Hier war ich ja gerade eben schon. Nur da oben auf dem Berg. Lass mich halt die Gegend erkunden. Oh, fuck. Da oben. Oh, da oben kommt ein Korallenriff, ne? Gar nicht. Doch. Schwimmen, ja. Da kommt ein Korallenriff. Dann schwimmen wir da mal rum. Und. Schwimmen. Oh nein, ich kann doch gar nicht schwimmen. Ja, aber das Korallenriff sehen wir erst in der nächsten Folge. Von Minecraft, äh, von Minecraft. Scheiße. Ja. Bitte, weiter. Unter Wasser Base im Korallenriff wäre doch was. Boah. Boah. Äh. Beim, Achtung hier, fetter Abgrund gleich. Äh, beim Minecraft. Äh. Wie wollte ich es denn jetzt nennen? Ich weiß nicht mehr, bei Minecraft Mein Life. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.